Radio SAW, Angie fasst allein zu Haus. Die Kanzlerin ganz privat. Doch im Frühstück schaffe ich euch nicht mehr. Du, Cem Özdemir von den Grünen hat wohl auch vergessen, ein paar Nebeneinkünfte anzugeben. Versteuert war alles, immerhin. Ein bisschen verschusselt unsere kleinen Ökos in letzter Zeit. Aber das ist gar nicht so schlecht. Weißt du, wenn man in Regierungsverantwortung ist, dann ist es ganz hilfreich, wenn man zum Beispiel die Versprechungen aus dem Wahlkampf vergessen hat. Und übrigens, Annalena Baerbock soll neben der Kohle auch mehrere großformatige Nacktfotos von Robert Habeck bei der Bundestagsverwaltung und bei ihrem Mann nicht angegeben haben. Die nehme ich gerne. Ja, ich komm, ja. Du, ich versuch's jetzt auch nicht, mein Joachim. Und ruf doch mal in meinem Büro an. Nicht, dass da bei mir auch noch was nicht Gemeldetes rumliegt, ja? Tschüss. Moin Pofalla. Guten Morgen, Schönste. Also diese Grünen. Ein bisschen mehr Transparenz stünde Ihnen gut zu Gesicht. Das hab ich auch gesagt, Pofi. Vor allem, weil Ihnen doch diese Trans- und Genderthemen so wichtig sind, was? Ha, 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 ha. Au. Angie fasst allein zu Haus. Die besten Comedys für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.